der männer größer mal wieder ein bug entdeckt ja Prozent ich weiß nicht ob das in anderen Browsern oder so auch so ist aber ist ist störe und in fullscreen alles super halt normal dann Prozent wieder zurück zwitscht weißer screen da kann man es brauchen oder halt ja man muss um den Maustart scrollen und bleibt etwas weiß ja gut wenn man mit dem Maustart scrollen muss jetzt auch nicht hat sie gezogen ja das ist natürlich aber ich hatte sie nicht eben ging es noch also vergesst nicht YouTube packt ganz eindeutig macht nie wieder wenn ihr so ein Video guckt also nicht auf dem Kanal Prozent fullscreen an und wieder aus das Prozent ist dann nicht so gut also lasst am besten ganz aus oder guckt die Videos auf dem Kanal Prozent ja Prozent 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 Alter er ist im Übrigen Prozent was denn das eigentlich die die hier Prozent Prozent zu Hause Prozent und da Prozent und da Prozent und da Prozent Prozent Die haben da ja mal übelst geile Lieder dabei.